Live aus Wiesbaden, Schoki Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die immer ihre Hausaufgaben vergessen haben. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki aus Wiesbaden bei Radio Rheinwelle 92,5. Und wir machen den 30-Sekunden-Battle jetzt wieder. Christian gegen Daniel und wir machen den Speed-Matte-Rattenschwanz-Battle. Und es geht los mit dem Christian und der startet mit 27 plus 53. 27 plus? 53. Das sind 80. Plus 180. Das sind 260. Geteilt durch 26. Das sind 10. Hoch 3. 90. Was? Nee, warte mal. 10 mal 10 mal 10. 10 mal 10 mal 10. Ja, ist ja schon stopp. 1000. Ja, 1000. Ja, schade, Christian. Nein, ich gewinne. Ja, Christian hat gewonnen schon wieder. Ja, schade, Daniel. Dann, das war ein Rattenschwanz-Battle schon wieder verloren. Also, ihr hört es alle mal, das ist nicht so mein Ding schon. Ja, dann geben wir wieder Musik. Ich sage Tschüssi mit Sophie. Gute. Das war Schoki-Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Und daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Und daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.